Kann man eine Gutscheinkarte herstellen, wo auf jeder Karte nicht nur ein eigener Gutscheincode erscheint, sondern auch ein passender QR-Code? Eigentlich eine ziemlich simple Anfrage, die ich auch pauschal bei EBITDA beantwortet habe. Und dann kam das Problem, es gab keine Lösung, jedenfalls auf den ersten Blick nicht. Mein Name ist Martin Geertz, ich bin mit der Werbetechnik Perdue. Ich habe dann das Schwarmwissen im Cineform24 bemüht und einer meiner Kollegen kam dann mit dem Hinweis, doch mit E-Cut zu probieren im gängigen CorelDRAW. E-Cut benutze ich schon etwas länger, hatte allerdings die Möglichkeit, mit variablen Inhalten zu arbeiten, überhaupt nicht auf dem Schirm. Wir haben dann die Datei erstellt und haben passende Karten entwickelt, wo Vorder- und Rückseite den gleichen QR-Code enthalten. Und auch die passende Gutscheinnummer mit aufgedruckt wird. So, damit ist die Anforderung klar. Zurück im CorelDRAW habe ich hier die Vorlage für die Karte der beiden verschiedenen Seiten. Einmal die deutsche, einmal die englische Variante. Bekommen habe ich die von dem Kunden als PDF-Datei, die dann die Vorlage zeigt als Musterkarte. Und ich habe eine entsprechende Sammlung von QR-Codes bekommen, wobei in dem Fall die QR-Codes als Dateinamen auch den Gutscheincodenamen beinhalten, um einfach die Zuordnung hinterher einfacher machen zu können. So, ich habe mir aus der Directory von den QR-Code-Dateien eine Textdatei generiert, beziehungsweise eine CSV-Datei. Die sieht dann hinterher so aus. Da ist dann der komplette Pfad drin, wo die QR-Code-Datei steht. Und da ist dann, kann man auch dann hier sehen, der entsprechende Gutscheincode aus dem Namen rausgetrennt als separaten Eintrag, um später auch dann die Variable Nummer mitdrucken zu können, ohne dann eine zusätzliche Seriendruckfunktion von CorelDRAW nutzen zu müssen. So, wir haben in der Karte, in der Vorlage den Platzhalter für den QR-Code, der auf entsprechende Größe schon vorbereitet ist. Und wir haben hier den Platzhalter für die Nummer. Da muss man darauf achten, dass man mit der längsten Nummer schon mal ausprobiert hat, ob die auch tatsächlich da reinpasst, um nicht hinterher eine böse Überraschung zu erleben. Wobei man die theoretisch später auch noch an Einzelkarten ändern könnte, dadurch, dass wir in dem Skript, was wir gleich ausführen, eine tatsächlich angelegte Vorlage bekommt mit den entsprechenden Inhalten, die man theoretisch weiterverarbeiten könnte. So, der Originalauftrag waren deutlich mehr, als ich jetzt hier berücksichtige, um jetzt auch Rechenzeit zu sparen. Wir haben den Originalauftrag, den Hummel-Druck ausgeführt hat, über DIN A3 gedruckt. Jetzt mache ich das einfach mal über DIN A4 und ich habe, glaube ich, auch nur ca. 30 Nummern berücksichtigt. Also, so viele sind das jetzt nicht, aber dadurch verringert sich also die Rechenzeit deutlich. So, der Trick ist, das Skript, welch ich sich unter Skripts im Extras-Menü finde, und zwar das ICAT-6. Eigentlich mit einer Ansammlung unzähliger kleinen Hilfsmittel, speziell für die Werbetechnik. Gibt es aber auch ein Hilfsmittel, das stimmt sich Variable. Das rufe ich einfach mit einem Doppelklick auf, dann wird das normal ausgeführt. Kann dieses Fenster auch entsprechend erweitern. Und diesem Skript weise ich jetzt die Datenbank zu, die ich hier als CSV-Datei gespeichert habe. Ich sage einfach öffnen. So, und dann nimmt der den Pfad, der in dieser Geschichte angegeben hat, mit den passenden Nummern. Und man kann hier sehen, dass der zwei Felder anlegt, nämlich einmal Bilder und einmal Nummern. So, und die kommt daher, dass ich die vorher in der Textdatei so angelegt habe, dass man hier sehen kann, wir haben zwei Spalten, einmal Bilder, Semikolon getrennt, dann die Nummern. Und in dem Pfad kann man dann hier sehen, dass der auch entsprechend mit Semikolon von der nächsten Spalte getrennt ist. Nichts anderes wertet jetzt das E-Cut-Variablen aus. So, die Datenbank, die kann ich dann noch entsprechend bearbeiten, weil wir müssen jetzt angeben, welche Teile wir in welcher Form verarbeitet haben wollen. Weil im Moment ist das ja so, dass hinter dem Eintrag Bilder eigentlich nur Text liegt, nämlich der Pfad in die entsprechende Richtung. So, und wir brauchen dann im Grunde genommen in der entsprechenden Spalte den ersten nur anzuklicken und können hier bei dem Spalten-Typ vorwählen, was daraus gemacht werden soll. In unserem Fall verweisen wir auf einen Ordner, wo die Bilder, sprich die QR-Codes drin sind. Und wenn ich dann da draufklicke, kann man sehen, dass er dann hier automatisch die Datei erkennt, die hinter diesem Link liegt. Und dann gehört diese Datei jetzt in dieser Spalte zu dem Teil, was später immer wieder ausgetauscht wird. Theoretisch, wenn man die entsprechenden Hintergrunddaten hat, könnte man ICAT auch diesen QR-Code selber ausrechnen und einfügen lassen, dass man das nicht über eine Bilddatei machen muss. Dafür müssten wir aber den tatsächlichen Inhalt dieses QR-Codes auch kennen, weil in unserem Fall nicht so ist. So, wir schließen die Bearbeitungsmöglichkeit. Und man kann jetzt hier auch sehen, dass der vorne dieses Symbol für die Bilder hinmacht und bei den Nummern passiert gar nichts, weil das für mich einfach nur ein Text ist. So, ich kann hier unten angeben, wie viele Kopien ich von dem jeweiligen Eintrag haben möchte. Das heißt also, in dem Fall möchte ich eine Kopie. Heißt, dass in der Druckvorlage auch nur tatsächlich eine Karte dann davon vorhanden ist. So, jetzt muss ich diese Inhalte der verschiedenen Spalten auch den entsprechenden Platzhaltern zuweisen. Das ist relativ einfach. Ich nehme den Platzhalter, klicke hier in dem Skript auf Bilder und sage hier unten einfach Form zuweisen. Da kommt dann hier hinten so ein kleines Häkchen. Da kann man dann sehen, dass die Spalte schon in der Vorlage mit entsprechend irgendeinem Element verknüpft ist. So, das gleiche machen wir jetzt hier mit der Nummer. Gehen dann hier auf Nummer, Form zuweisen und auch hier bekommen wir das Häkchen. Und damit ist auch dieser Platzhalter mit der entsprechenden Spalte verknüpft. So, damit E-Cut weiß, was auf der Seite zu tun ist, kann ich dieses Formular hier erweitern. Und habe dann hier die Möglichkeit, passende Sortierreihenfolgen anzugeben. So, wir haben den Fall hier, dass wir die Vorderseite in Deutsch und die Rückseite in Englisch haben. Dann haben wir zwar getrennte Druckvorlagen, weil eben getrennte Sprachinhalte da drin sind. Aber auf jeder Karte muss ja der QR-Code und der Gutscheincode identisch sein. So, und dann müssen wir dann entsprechend bei der Erstellung der Druckvorlage berücksichtigen. So, und dafür hat E-Cut Variablen eine Sortierfunktion. Und zwar kann ich hier wählen, in welcher Reihenfolge ich wohin die Teile stehen haben möchte. Also Stand auf dem Druckbogen. Der wähle ich einfach mal Mitte. Und ich kann hier wählen, in welcher Reihenfolge ich die ganze Geschichte auf dem Bogen sortieren soll. Und ich fange jetzt einfach mal mit von links nach rechts Sortieren an. Das hat dann zur Folge, dass E-Cut hier oben anfängt, den ersten hinzusetzen, rechts daneben den zweiten. Und füllt die Zeilen und fängt dann auf der nächsten Seite wieder oben links an. Und dann ist wichtig zu wissen, wenn man später die Druckvorlage umschlagen will, um auf der Rückseite andere Inhalte zu haben, dass man mit der Sortierreihenfolge auch tatsächlich dann die richtige Stelle trifft. Das werden wir aber gleich noch sehen. So, wir können dann hier die passenden Ränder noch angeben. Die habe ich hier auf 2 mm gesetzt. Wir können hier passende Lücken angeben. Die setze ich auch mal auf 2 mm. Wir haben ja genug Anschnitt in der Karte an sich drin. Und wir könnten sogar, wenn nicht schon vorgesehen, die Schnittmarken hier mit anlegen. Da zeige ich aber dann gleich noch dazu, wie man sich da noch ein bisschen die Arbeit vereinfachen kann. Es geht jetzt erstmal um das reine Anlegen von variablen Inhalten. So, und dann selektiere ich den kompletten Part, also alle Teile, die in diesen einzelnen Nutzen gehören. Und gehe einfach hier unten auf Anwenden und iCard rechnet mir dann die entsprechenden Bögen aus und setzt mir die auch entsprechend auf die Mitte. So, und was man jetzt hier sehen kann, der hat einerseits oben, unten, rechts und links den Mindestrand berücksichtigt, den ich hier vorgegeben habe. Hat den entsprechenden Abstand zwischen den Einzelteilen berücksichtigt und hat mir das ganze Paket auf die Mitte gesetzt. Und selbst die letzte Seite, wo noch zwei Nutzen Platz hätten, mehr Nummern habe ich einfach nicht, setzt er den aber nicht komplett auf die Mitte, sondern tut einfach so, als wenn ihr unten auch noch zwei wären, um dann hinterher auch durchgängig eine vernünftige Druckmöglichkeit zu haben und nicht an einem Bogen dann zum Schluss noch zu verzweifeln. So, das war der Part mit den englischen Varianten. Wir haben jetzt hier die letzte Seite. Ich mache jetzt hier eine weitere Seite bei. Hol mir die deutsche Variante da einfach hin. So, jetzt müssen wir die gleiche Geschichte machen wie jetzt eben. Wir müssen wieder den entsprechenden Platzhalter zuweisen, selektieren dafür wieder den Platzhalter QR-Code, selektieren in den iCard-Variablen die Spalte Bilder, sagen hier Form zuweisen. Jetzt meldet sich iCard damit, dass das bereits zugewiesen ist, ob man das erneut zuweisen möchte. Ja, möchten wir. Der gleiche machen wir mit dem Text auch zuweisen. Jawohl, auch wieder bestätigen. Und damit sind jetzt die Inhalte aus den Spalten mit den Platzhaltern aus der deutschen Variante zugewiesen. So, was wir jetzt noch ändern ist die Sortierreihenfolge, da wir umschlagen drucken. Das heißt, wir gehen jetzt in der Sortierung von links nach rechts, wechseln wir von rechts nach links. Das heißt, dass dann eben die entsprechende Rückseite auf der entsprechend gegenüberliegenden Seite in dem Druckbogen aufgelistet wird, um dann hinterher einfach als zweiseitigen Druck laufen lassen zu können. So, bei den ganzen anderen Geschichten hier muss natürlich alles so bleiben wie bei der ersten Variante auch. So, und dann sagen wir wieder anwenden und iCard rechnet mir dann entsprechend die neuen Seiten aus. So, und wenn wir jetzt hier gucken, unten rechts, letzte Karte, das ist die CCX am Ende, müsste dann auf der Seite 4 genau die andere Seite sein. So, und dann ist auch hier der Fall. Also ist das so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. So, und damit ist die Geschichte Druckvorlagenerstellung in CorelDRAW mit dem iCard 6 in dem Fall, ich glaube in den vorherigen Versionen gab es das so noch gar nicht, mit dem Skript Variablen erledigt. So, und weil ich jetzt eben anfangs sagte, der legt jetzt tatsächlich ein separat weiter zu verarbeitendes Teil an. Also wir könnten dieses Teil ja tatsächlich wegschieben, rauslöschen oder was auch immer und hätten dann sogar noch die Möglichkeit, sollte hier eine Gutscheinnummer sein, die über das Ziel hinausschießt, weil vielleicht irgendeine zu lang ist, aus welchem Grund auch immer, muss man nicht in diesem ganzen System verzweifeln, sondern nimmt dieses eine Teil und macht die einfach kleiner. Das wäre dann bis hierhin die Vorgehensweise in iCard, wenn es darum geht, Bilder zu tauschen. So, dann wie versprochen noch ein Tipp. Und zwar geht es hier um das Anlegen der Schnittmarken. Dafür muss man wissen, dass iCard die Schnittmarken genau an der äußersten Stelle der selektierten Gruppe anlegt. So, das Problem hinterher wäre dann, den passenden Anschnitt noch reinzukriegen. Ich kann das hier einfach zeigen. Und zwar selektieren wir hier wieder die entsprechenden Teile und weisen die passend zu, so wie wir das die ganze Zeit gemacht haben. So, und selektieren wir wieder die komplette Karte. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit der Schnittmarken selektiert. Und sagen dann einfach wieder anwenden. Und iCard rechne mir dann eben die passenden Dateien aus und füge die entsprechenden Schnittmarken mit da ein. So, Problem ist jetzt, wie schon gesagt, dass die Schnittmarken genau auf der äußersten Kante der selektierten Gruppe liegen. Was uns ja hinterher in der Weiterverarbeitung durch den fehlenden Anschnitt nicht weiterbringt. Und diese ganze Geschichte manuell zu machen, dass man den Anschnitt hinter manuell einfügt, macht keinen Sinn. Also entweder so, wie wir das in dem ersten Step gemacht haben, dass man vorher den Anschnitt angelegt hat und die Schnittmarken manuell anlegt und die einfach mitkopiert. Oder wenn man dann entsprechend diesen Automatismus nutzen möchte, dann geht man da entsprechend anders vor. Also ich gehe nochmal zurück. So, wir haben jetzt hier die Ausgangskarte. Und was habe ich gemacht? Ich habe einen Powerclip angelegt. Der ist genauso groß wie die spätere Karte, die wir haben möchten. Und wenn wir jetzt den Inhalt bearbeiten, kann man sehen, dass der Hintergrund, der später im Anschnitt laufen soll, in diesem Powerclip auf das spätere Endmaß beschränkt wird. Aber tatsächlich in diesem Powerclip trotzdem komplett vorhanden ist. So. Der Trick ist es jetzt, dafür zu sorgen, dass man den Inhalt des Powerclips, sprich den Hintergrund, den wir im Anschnitt haben möchten, entsprechend nachträglich noch verändern kann, obwohl wir schon den fertigen Druckbogen ausgerechnet haben. Und das machen wir dann über die Funktion Klonen. Wir nehmen dann unter Bearbeiten, Klonen und machen von dieser kompletten Geschichte einen Klon. Jetzt müssen wir aber darauf aufpassen, dass wir die Zuordnung der Platzhalter in dem geklonten Objekt machen und nicht in dem Grundobjekt. Weil die Attribute für diese Zuweisungen, die werden nicht mitgeklont. Aber die Parameter, die dem Powerclip zugrunde liegen und der Hintergrund, der dahinter ist, also die Ursprungsdatei ohne diese Zuweisung, die wird problemlos mitgeklont. Das heißt also, in dem Klon selber lege ich jetzt, wie wir das schon immer gemacht haben, die entsprechende Zuweisung an. Der fragt natürlich dadurch, dass wir jetzt eben mit dem Ursprungsobjekt gearbeitet haben, ob die zugewiesene Spalte nochmal zugewiesen werden soll. Da besteht wieder mit Ja, so wie wir das ganz am Anfang auch gemacht haben. Die gleiche Geschichte mit dem Text. So, und jetzt hat der Klon von unserem Grundobjekt die passende Zuweisung. Wir haben diesen Powerclip, der das Endformat angebt, worauf sich dann die ganzen Schnittmarken beziehen. Und können jetzt damit unseren Druckbogen erstellen. So, jetzt haben wir wie eben gezeigt, wie beim ersten Versuch schon gemacht, wieder die Schnittmarken genau auf der Kartengröße. Jetzt gehen wir in die Ursprungsdatei, wählen den Klon und machen den entsprechend größer. Und dann sollte es eigentlich so sein, dass sich die Karten entsprechend mit verändern. So, was jetzt hier passiert ist, hat man gesehen, der hat die Inhalte mit großgezogen. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja tatsächlich nur den Rahmen, also sprich das Powerclip verändern und die Inhalte an der Stelle lassen. Wir wollen ja nur mehr sehen. So, und dann kann ich umgehen, indem ich die Inhalte von der Kontur löse mit dem Schloss hier oben. Jetzt kann ich den Powerclip beliebig verändern. Die Inhalte bleiben aber in Stand und Proportion immer so, wie sie ursprünglich angelegt waren. So, wenn ich jetzt den Powerclip, losgelöst vom Inhalt, einfach den Anschnitt hier beimache, dann kann ich oben über die Größenfelder einfach durch eine mathematische Formel, in dem Fall plus 2 mm, automatisieren. Und gebe das frei, kann man hier sehen, dass er dann alle Karten auf den ganzen Druckbögen entsprechend im Anschnitt auch verändert. Und so hat man dann die Möglichkeit, den Automatismus zu nutzen und hat immer noch die Möglichkeit, durch das Grundobjekt und die genutzten Clones, Teile in diesen Clones oder beziehungsweise in dieser Kopie zu ändern. Sogar die Inhalte könnte ich jetzt nachträglich noch ändern. Wenn ich jetzt den Rahmen, wo die Nummern drin sind, größer machen möchte, dann kann ich das hier einfach machen und er ändert das dann auf sämtlichen anderen Karten auch, so, wie man das eben von dem Klon kennt. Soweit zu den variablen Inhalten. Ich denke, dem einen oder anderen wird da noch mehr zu einfallen, was man damit machen kann. Im Grunde genommen kann man jeden Bereich bedienen, in dem digitale Druckvorlagen als Einzelvorlage erstellt werden. Ich denke da zum Beispiel an alles, was mit personalisierten Werbemitteln zu tun hat. Eventuell im Textilbereich für T-Shirts mit unterschiedlichen Bildern oder aber eine Tassenserie, wo nicht nur die Namen sich wechseln, sondern auch andere Bilder verwendet werden oder was auch immer. Ich denke da zum Beispiel an alles, was mit einer Tassenserie zu tun hat. Ich denke da zum Beispiel an alles, was mit einer Tassenserie zu tun hat.